holy holy-holy-holy-holy Ja, dat wat ihr da hört ist ein verdammter Slimer der mich schon die ganze Zeit nervt Ja, dat hab ich noch nicht angefasst gehabt Das scheiß Ding hier, ehrlich mit der hier hingekommen ist, unbegreiflich Die Laserspacken hierherum Jawoll, wieder einer raus Warum ist eigentlich wieder mein Inventar so komisch? Ich check's nicht Egal Jetzt suchen wir da hin Hoch Was ich aber schon gemacht habe Islam und Ruhle, da dran geklatscht Und So lang Ich habe noch ein paar hergestellt bekommen So, damit sollte das Ding eigentlich definitiv laufen Ach ja Da wir ja jetzt Also die Low Voltage Solarmodule Ja Mehr Energie erzeugen Als die normalen Ja Brauchen wir dafür Transformatoren Ja Und das sind diese drei Stück Ja Das ist der normale Ich mein Hier Das ist der Low Also Medium Und das ist für die High End Dinger Ich weiß das Ich war mir nicht sicher, deswegen habe ich mir die alle direkt hergestellt Ja Es sind auch total simpel zu machen Ja Die Die Sachen, die habt ihr ja alle schon gesehen gehabt Ja Fertig Ich zeig's euch nochmal Es sind total simpel herzustellen Also Damit dann Nicht Irgendwas wieder in den Raum oder ansteht Wir holen Die hier Und die hier Ja So Die Jetzt da sein So Ach Können wir eigentlich Exgeräte Das Und das Können wir eigentlich reinschmeißen Die auch Ich war mir nicht so genau sicher Ja Deswegen habe ich mir die dann Hergestellt Ist echt schwierig hier mit dem Scheiß hier So Nur ein Stück So 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 Vielleicht ist das denn noch Ne Nur eins Ich glaub Ich mach mir eins davon da hinten ab So 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 Das hier Ich weiß sie zwar ein bisschen blöd aus Mö Sieht ja nicht frisch okay aus Aber Da füllt definitiv seinen Zweck Weg Ui So Wir müssen noch Glasfaser zu denen legen Dann sollte das eigentlich auch Ich hab nämlich auch ein bisschen Glasfaser gemacht gehabt Ja So So Zack So 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 Hä ich weiß das sieht ein bisschen blöd aus Hier Ja Aber Moment mal Ich kann das doch hier hinter doch verstecken Ja So So Im E-Kabel Habe ich auch noch ein paar Hergestellt gehabt So Na 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 So Dann können wir das hier nämlich dann so hier dann Zumachen Ah naja die Pattens Die 4000er Ah Guuuut Ah Diese Flugscheiße hier Ich hab mich ein bisschen dran gewöhnen Aber ich glaube ich werde das So 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 Genau Genau So 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 Jetzt mal So Scheiße aussieht Einfach nur Kubus da so reingeklatscht Und fertig ist So 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 Wie Granth Von anhö Sehen hier eigentlich recht秋fer wir auch in der Der MFE, ups, MFE Einheit, haben wir denn noch ein paar Diamanten übrig? Ich glaube nicht, oder? Nein, haben wir denn so noch im Inventar? Nein, 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 haben wir alles dann verbraten gehabt. Nein, ja, sind sie. Vier Stück. Okay, egal, die brauchen wir. Redstone... Ähm... Machen wir das so. Ähm... Ja. Das war jetzt selten dämlich. Warum kommst du jetzt nicht an? Ich hab's nicht bestellt. Redstone... Hm, okay. Okay. Da ist rum... Okay. Ich komm auch da rein. Schienenblock. Äh, haben wir hier. Schienenblock. Ähm... Kabel... Haben wir die hier oder da drüben? Hä? Kabel... Naja, egal. Vier Stück. So. Okay. Zack, zack, zack. 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 So. Jetzt haben wir zwei Stück von denen. Wunderbar. Wunderbar. Dann hauen wir jetzt mal fix hin. Gehen das andere abbauen. Dort... Hauen wir dann noch ein anderes Kerlchen ran. Dann... Haben wir das hier schon? Ja. Okay. Ja, geht noch. Wunderbar. Nein. Ich... Brauch mal noch. So. Ein... Das weg. Wir haben nur eins abgebaut. Richtig? Oder zwei? Egal. Sehen wir ja jetzt. Das ist voller Strom. Ja. Das steigt. Das ist voller Strom. Das steigt. Die steigt auch. Wunderbar. Oh. Wir haben keine Probleme damit. Genial. Nice. Kein Problem damit. 3... 14 EU pro Tick. Wir haben ja eine Ausgabe von 128 pro Tick. Puh. Reicht. Da können wir uns sogar noch ein... Oh. Können wir uns da wirklich... Induktionsofen... Erweiterte... Oh. Carbon Platte. Haben wir denn noch eine Carbon Platte? Carbon. Oh. Nach zwei. Was brauchen wir denn noch? Elektrische. Verbesserte. Egal. Force. Veredelte Eisenbahn. Und Zinn. Okay. Also. Force. Ähm. Moment. Hier. Ähm. Nein. Haben wir nicht? Haben wir nicht? Boah. Ist 1, 2, 3. Ähm. Ne. Brauchen wir mehr. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ups. Brauchen wir zwei Stück davon, ne? Ja. Genau. Und Zinn. Doch. Zinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die Carbon Platte. Und die Carbon Platte. Ähm. Das war doch. Ja. Ja. Okay. Ach. Zinnbahn. So. Nein. Wir brauchen den. Kompressor. Wieder. Ich hab noch mit Force. Ja. Ja. Hau rein. Zwei Stück brauchen wir. Zwei Stück. Ähm. Ich glaub den werde ich dann auch direkt hier so aufstellen. Sollte lang. Ein Hebe. Guck. 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 Ich denn noch einen Hebel. Jawoll. Ein. Elektrischer Ofen. Elektrischer Ofen. Okay. So. Äh. Kupfer. Kupfer. Ach. Der erweiterte Schaltkreis. Ach. Der erweiterte Schaltkreis. Maschinenblock. Zack zack. Carbon. Erweiterte Maschinenblock. So. Elektrischer. Einmal so. Vom Induktionsofen. Vom Induktionsofen. Er hat Saft. Und er hat Hitze. Er hat Hitze. Jawoll. Ieeeeee. Oh. Genial. gehen ja voll normal ja auch die scharfe und oben ist komisch wir machen jetzt folgendes ein bisschen durchgerackert wir wollen das basic export kabel ok nein uns fehlt das glas hoffen wir dass der die hitze schon voll drin hat klatsch klatsch ja wenn er wenn er richtig aufgeheizt ist das ist doch mal dann ein schöner ofen ja also da kann man auch man sich mal ganz kurz die zeit nehmen und zuschauen so genau ähm hier hin kabel tun wir auch hier hin basic genau wer braucht das 1 2 3 kabel machen wir direkt drei stück so basic kolben schon wieder ein kolben kabel mit dem ich hier nicht irgendwo fertig nein redstone eisen moment kolben s das ist wusste ich doch ähm den wieder wegschicken den speichern wir den ähm die können wir auch speichern So, jetzt ganz einfach. Eisenbahnen, okay. Kabel, Resik, ein, zwei. So. Warum ich das hier dran klebe? Ja, wir hauen jetzt alles darüber. Gehen jetzt einfach mal eine Runde schlafen. Ach, aber nicht damit. So, ähm. Genau. Kann man mal nicht so machen, richtig? Genau. Das ist dann nämlich auch direkt viel besser. Ups. Ja. Deckweise natürlich. Und das verbinden wir dann einfach mal. Ah, schließt an. Wunderbar. Und? Wo bleibt das Licht? So, wir. Ähm. Nein. Musst du hier dran. Och. So. So. Wir bestellen jetzt einfach mal. Warum wird das nicht rausgezogen? Wo war das? Kleebri... Ah. Haben wir noch einen Kolben? Haben wir denn noch einen Kolben? Ja. Okay. Zum Glück haben wir den hier echt vergessen, ey. Hätten wir noch warten müssen. Ja, okay. Wir haben ja ein bisschen... Knochenmehl. Ja, aber... Wäre jetzt echt blöd gewesen. So. Ähm. Kolben. So. Jetzt gehen wir nur dazu andersrum. Ach. Das fehlt ja. Nein. Was kriegen wir denn hier denn gemacht? Shit. Wollen wir hier drüben? Nein. Wo nicht? Ah. Verdammt. Okay. Ähm. Was meine ich? Nein. Ähm. Flix. Okay. Ach man, blöd. So, was war das jetzt noch? Zertus, nether. Okay. Zertus, nether. Den speichern wir uns direkt. Eisen, holen wir uns dann mal hier raus. Tun mal hier rein. Ähm. Zwei Stück. Genau. Was fehlt denn jetzt? Ach, Kabel. Zwei Stück. So. Das tauschen wir um einfach. Na ja. Eins, zwei. So. Die tun wir dann einfach. Ja. Da holt er es raus. Aber wir wollen, dass er stackweise es raus holt. Tchuu, tchuu. Da seht ihr es. Oder ihr habt es gesehen. Da landet alles schön hier hinten. Ja. Gut, meine Freunde. Wo ich das jetzt gerade alles hier so auffülle. Oder auffüllen lasse. Werde ich diese Folge dann schon mal beenden. Ja. Den kann ich weiter von alleine alles auffüllen. Und das, was es am längsten dauert, wird denke ich mal hier Pflastersteinchen sein. Und danach war es das dann auch schon. Wir haben, glaube ich, nichts so großartiges. Vieles da. Was so eine große Zahl hat, sage ich jetzt mal. Nein, haben wir nicht. Gut, meine Freunde. Das war es auch schon. Lass ein Däumchen da, falls es euch gefallen hat. Und teilt es, wie auch immer. Also dann, haut rein. Tschau. Zau trên. Tschau.